Sound Muted So, moinzen liebe Ero-Armen und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Ownerin vs. Server Team. Also ich werde einen weiteren Prank machen. Und zwar, ich nehme jetzt das dritte Mal auf. Also ich mache jetzt diese Aufnahme, das ist ein Aufnahmestart zum dritten Mal, weil immer wenn ich hier beim bei Clownfish, bei meinem Stimmverzerrer hier dieses Use Direct Sound On Off mache, dann schmiert mir mein Teamspeak ab. Das hört sich deswegen jetzt auch so an. Sound Resumed. Doppelt. Doppelt. Hört sich. Sound Muted. Ich höre mich doppelt. Das ist scheiße. Aber es geht leider nicht anders. Ich weiß auch nicht, wie ich mich irgendwie selber leise drehen könnte oder sonst was. Deswegen werden wir uns halt leider doppelt hören. Ich kann es leider nicht ändern. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist jetzt auch ein Plug-In-Problem. Aber auf jeden Fall werden wir jetzt auf jeden Fall mal hier mit der anderen Identität hier reinkommen. Ähm, ts.cc-sw.de Ähm, ownerinversus.de So, ich heiße Nightcrawler666. Grüße gehen Sie mal draus an AndroTV, der mir diesen Namen empfohlen hat. Und dann, äh, gehe ich jetzt in einen neuen Tab mal online. So, Jetzt muss ich mal kurz hier in den Top-Raum gehen und gucken, ob man mich auch hört. Channel Switched. Hallo? 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 Okay, geht. So, dann gehe ich jetzt mal in den Support. Channel Switched. Dann hoffen wir mal, dass jetzt jemand kommt und der uns jetzt gleich in den Support zieht. Und dann werden wir mal da werde ich mal ein bisschen mich dumm anstellen. Oh, ich komme gleich. Hallo. Hallo. Hallöchen. Ich habe meine... Ja, ich bräuchte Support. Und zwar geht's darum, ähm, mir ist aufgefallen, dass ich nicht auf euren Server komme. Äh, auf Minecraft-Server? Ja, obwohl ich eigentlich drauf kommen müsste. Äh, hast du die richtige IP auch? Ja, ich habe die IP von der Ownerin bekommen gehabt und sie hat mich auch freigeschalten. Wir hatten auch gemeinsam gespielt. Und jetzt komme ich wieder nicht mehr drauf. Okay, äh, ja, was steht denn da? Da steht bloß, äh, Connection Lost und dann steht irgendein Fehlercode da. Äh. Ah, Moment. Das nervt mich so langsam ab, weil ich möchte halt eigentlich, äh, spielen. Ich möchte eigentlich jetzt weiter farmen für mein Haus. Und jetzt habe ich wieder das Problem, dass es nicht geht. Äh, ich habe keine Probleme. Also ich komme ganz normal drauf in den Server. Ich weiß auch nicht. Ja, aber das muss ja irgendwie an euren Server liegen. Ja, äh, äh, also ich komme ganz normal drauf, kann normal spielen, kann auch in alle Lobbys gehen. Komisch, weil irgendwie ich habe jedes Mal das Problem, dass ich immer diesen Fehler kriege. Ich bin auch auf einmal hier jetzt auf Neue. Ich meine, ich hatte ja auch schon meine ganzen Dinger drin, meine ganzen Alter und so. Okay, ähm. Hast du auch wirklich die richtige IP oder hast du was falsch geschrieben oder so? Nein, ich habe die richtige. Kann ich die hier reinschreiben? Ja, schreib, äh, schreib mir eine Direktnachricht. Guck, ich habe die mal reingestellt. Ja, das ist ja eigentlich die richtige. Oder? Einen Moment. Ja, es ist ja richtig, äh, die richtige IP, also eigentlich drauf kommen. Ja, aber ich komme ja nicht drauf. Ich habe es jetzt gerade extra noch mal probiert. Ich komme nicht drauf. Ich kann mich leider auch nicht weiterhelfen, weil ich kenne mich damit leider nicht. Ja, du bist doch Upman, du musst dich doch damit auskennen. Ja, aber ich habe halt jetzt auch nicht die größten Befugnisse auf dem Server, also ich kann auch jetzt nichts Großartiges machen. Du kannst mir halt höchstens noch schicken, was da steht für den Fehlercode. Ähm, Moment, da muss ich mal gucken, wie ich den rausschreiben kann. Wann hast du nochmal Zugriff von der App, von der Ownerin bekommen? Also wir haben gespielt am Wochenende, auf Griefer Games. Und dann... Griefer Games? Das ist so ein Server von Upgate Griefed HD. Ich kenne Griefer Games, alles gut. Und dann hat sie mich auf ihren Server geholt und dann hat sie mich freigeschalten und dann haben wir gespielt. Okay, weißt du ungefähr, an welchen Tag das war? Das war am Sonntag, glaube ich. Sonntag? Weißt du auch noch ungefähr die Uhrzeit vielleicht? Also wäre halt nützlich für mich. Ähm, das war so am Mittag, Nachmittag. Ich komme gleich wieder. Okay. Ready, ready, ready. Ready, ready. Ready, ready, ready. Mikrofon Muted. Leute, ich glaube, er ist gerade ein bisschen geflasht. Also, das Problem ist, wenn er gut hingehört hat, hat er vielleicht gemerkt, dass ich ihm, dass ich Leute gesagt habe. Weil ich versinnlich, ich habe einen falschen Client das gemacht habe. Aber er schnallt gerade irgendwie nicht. Also, er ist auf jeden Fall schon mal gut geflasht. Ich werde ihm jetzt dann auch im Büsse auf den Sack gehen. Das heißt, ich werde ihm dann sagen, ja, wie kann das sein, dass du als Admin nichts kannst und so haltet, ne, und so haltet, ich werde mir noch voll irgendwie, keine Ahnung, ich werde mir noch irgendwas einfallen lassen. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch Ideen habt, wie ich das nächste Mal dann pranken kann. Was ich mir das nächste jetzt einfallen lassen kann. Ich werde mich jetzt wieder entmuten und warten, bis er kommt. Ne, wartet mal. Schauen wir mal. Ich denke mal, der schreibt mich jetzt in WhatsApp an. Nicht immer. Gut, ich werde mich jetzt wieder muten. Hallo, bist du noch da? Ja, bin noch da. Ja. Kannst du mir mal einen Fehlercode rausschreiben, wenn es geht? Ja, gleich. Ja, okay, danke. Warte, ich probiere es jetzt noch mal. Ja, ja, danke. Hey, was ist jetzt los? Hey, was kommt jetzt denn? Jetzt kommt, Moment, ich schreib's dir. Ja, ja. Jetzt kommt auf einmal das hier. Was ist jetzt los? Wo ist ausgeschlossener Anticheat? Ähm, wie heißt du in Minecraft? Nightcrawler, halt ich, ich glaube. Äh, so wie, so wie du jetzt hier im TS heißt? Mhm. Okay, ähm, wann hat sich das Anticheat gebannt? Aber wenn ich jetzt, die ganze Zeit habe ich einen Fehlercode. Und jetzt, auf einmal bin ich gebannt. Aber slash, unban, nein, äh, roh, ich weiß, 轉. iteatcrawler. Kann ich jetzt wieder drauf? Aber, äh, probier's mal, weil, also, kommst du noch nicht drauf. Nee, da steht immer noch das Gleiche. Äh, was steht da genau? Kannst du mir mal vorlesen, bitte? Du wurdest ausgeschlossen. Anti-Cheat. Also, du heißt, äh, Nightcrawler666. Genau, ich heiße genauso wie jetzt hier. Kannst du mich als Atme nicht empfangen? Doch, doch, eigentlich schon, aber... Komische ist, Slash Unbound. Okay, da, ähm, da steht halt bei mir, äh, dieser Spieler wurde nicht gefunden, also ich weiß auch nicht. Dann hast du aber schon irgendeinen Fehler gemacht. Ja, ich habe deinen... oder habe ich den Namen falsch geschrieben? Ja, ich habe alles richtig geschrieben, aber... Ja, irgendwo musst du ja einen Fehler gemacht haben, weil sonst würde ich ja freimacht werden können. Ja, klar, ja, ja, aber... Ich habe ja alles so wie ganz normal, wie wenn man jemanden entbahnt hat, halt, habe ich eingegeben. Ich habe deinen Namen richtig geschrieben, alles, aber da steht halt Spieler wurde nicht gefunden. Okay. Also hast du irgendwo einen Fehler gemacht? Toll's Ende. Oh, ein Moment. Okay. Und hier ist die 먹는 교 tragedy. Okay. 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 Okay, gut. Okay. Okay, gut. Okay, gut. Okay, gut. Okay, gut. Ok, ähm, ich will selber hinbekommen, dass du sowohl vom Anti, ok, ähm, die Onerin ist unterwegs, aber kommt gleich, aber wo es wirklich, da steht wirklich, dass du vom Anti-Cheat gebannt worden bist. Naja, steht da, ich meine, ich kann ja lesen, ne? Ja, ich frage nochmal. Warum kannst du als Admin nicht so viel machen, du musst doch als Admin richtig viel machen können. Ja schon, aber das Problem ist, ähm, ich kann halt leider nicht einsehen in die Plugins, die wir alle haben, dadurch kenne ich die meisten Befehle nicht. So, ein minimales Problem. Ich kann halt, ich kann halt die normalen Befehle oder die, die ich mir halt aufgeschrieben hab, kann ich halt. Ok, und, äh, warum bist du dann Admin? Ja, wurde ich halt so hochgestuft. Du wurdest einfach so hochgestuft, oder wie? Ja, ne, halt, äh, ja, gewisserweise. Ok. Weißt du, wer ich bin? Nein. Was ist das jetzt? Ja, ich, ich hab's halt, ich hab's die ganze Zeit schon irgendwie gedacht, weil du, ich klingst so fett nach nem Stimmenverzerrer, weil ich erst sah mit nem Stimmenverzerrer aus, Alter. Mann. It's a prank. Ja, ja, danke. Möchtest du noch irgendwas in YouTube sagen? Hast mich ganz schön reingekriegt, Ehob. Hast mich ganz schön reingekriegt. Verdammt. Möchtest du nur noch irgendwas von der YouTube Gemeinschaft sagen? Vielleicht irgendjemand grüßen? Das Video. Falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert Ehob. Let's play. Und schaut auf jeden Fall bei TimspieltHD vorbei, ich werde ihn euch in die Beschreibung packen. Yes. Es hat wieder mal geklappt. Somit begrüße ich dich zu der Folge. Ownerin vs. Server Team. Endlich hat's dich auch einmal erwischt. Ja, Leute. Ja, ich musste jetzt auflösen, weil so langsam hat sich die Sache zugespitzt. Und damit musste ich jetzt auflösen. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, jemanden aus meinem Server Team reinzulegen. Hat mal wieder Spaß gemacht. Und wenn ihr neu seid, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Und da mir die Abogeilität eh schon vorgeworfen wird, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Liked dieses Video. Teilt's, wenn ihr wollt. Und wie schon gesagt, schaut auch mal bei TimspieltHD vorbei. Hau ich euch in die Beschreibung. Und ja, dann noch einen schönen Tag an euch. Und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschü tschü.